Dinge, die jeder kennt. Ein Tag voller Frieden. Okay. Ziehen wir weiter ein, ne? Dann aktiviere ich Kautz und Schlosshugel. Macht das überhaupt was gegen dich? Das ist so unfair. Ich hatte voll Kombo. Ich hab Topf, Topf, Tacticals. Ja, ne? Endbord, dann bist du. Ey, dass du das Feld noch in Zug 3 aufgebaut hast. Ich dachte, ich hätte gewonnen, aber es war ja so lucky. Naja, ey. Es war schon sehr getoppt, muss ich sagen. Ja, aber du bist dran jetzt. Ja, Pott. Ja, okay. Ich meine, was willst du ziehen? Ich hab einen Omni-Negate, ich hab vier Monster-Negates, noch einen Interrupt, also du kannst schon halt nix machen. Ja, ich meine, es gibt einen Out. Okay. Ja. Dark Ruler, er spielt keinen Kick. Ja, ich meine, okay. 3-G-Kick? Ja, da hast du aber dann keinen Play. 3 halt mehr. Ja, come on. So Leute, ODS-Packs öffnen. Let's go, komm. Das geht. Ulti. Let's go. Weiter, komm. 3. Ulti. Was? Okay, komm, nächste. Ganz unwahrscheinlich jetzt. Nee, komm. Ich hab auch einen Ulti. Ja, natürlich. Natürlich, komm, ich auch. Warte. Und? 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 Ja, natürlich. Es ist gar nicht. Skill-Issue. Ja, gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Yugi-Hung hat mir so viel Spaß. Das ist richtig toll, ey. Okay, ich setze... Schön, ja. 5 Karten verdeckt. Da bist du dran. Lächerlich. Ja. Dann in der Draw-Phase. Anti-Magischer Duft. Ja, da change ich. Cosmic Cyclone. Kein Problem, Judgment. Und? Na klar. Okay, ja. Ja, und dann in Resolve würde ich gerne Dosenmatch aktivieren. Okay. Äh, Only-Do-One. Äh, und Summon Limit. Wow. Ja, klar, macht Yu-Gi-Oh! Spaß. Ja, macht mega Spaß, oder? Sag mal. Oh, ne Secret wäre cool. Meins, 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 meins! Ja.